Guten Tag meine lieben Leute hier ist der Guzoa wieder und er hat gerade einen Angriff von Cody zugeschickt bekommen den gucken wir uns jetzt an er ist immer noch Titan 3 und macht sich jetzt gerade den Weg frei mit ein paar Golems und haut das auch ganz net raus ich würde mal sagen da war kein Magier falsch gesetzt jetzt kommen die Mauerbrecher da ist einfach mal die Mauer weg richtig nice und jetzt kommen die Low Helden haha ja er kriegt da noch schön sein Fett weg aber passt schon so Golems natürlich richtig geil dass die halt reinlaufen das ist natürlich echt richtig richtig edel da hätte ich ganz ehrlich gedacht dass es sich dann eher so in Richtung Magie ganz ehrlich das ist natürlich eine perfekte Verteilung also das musste erst mal haben dass halt wirklich noch ein Golem auch dann noch nach unten gegangen ist mit weil dann wäre hier natürlich Sense gewesen da hat der kleine Cody natürlich echt richtig Lack gehabt auf jeden Fall hier auch gar kein Thema hält der Golem ohne Probleme durch hier haben wir noch zwei Hexen die noch richtig schön die Skelette spawnen 64% momentan und Queen regelt hier natürlich auch noch mal schön dass Splash Damage mäßig jetzt nicht mehr so viel hier abgehen kann ganz genau das ist sehr geil hier guckt mal hier guckt euch einfach an der Bogeyturm macht halt gar nichts beziehungsweise zielt natürlich schön auf den Golem und die Queen kann schön hitten ohne Ende und die Hexen regeln hier also ich würde mal sagen wer hat ohne die Hexen gelaufen wer hat eine richtig schwierige Nummer geworden Alter hast du einen Lack gehabt Alter ganz ehrlich so viel Lack hast du doch gar nicht verdient Alter so viel Lack hast du doch gar nicht verdient Junge weil guck mal ich meine klar die Golems regeln hier auch schon bei der Masse regeln die halt auch schon so ist es nicht aber ganz ehrlich die richtig heftige ja sage ich jetzt mal der heftige Schaden kommt halt logischerweise von den anderen Truppen und da hast du mal richtig Schwein gehabt dass die Queen halt wirklich nicht komplett down gegangen ist sondern halt echt noch gut abgeliefert hat einwandfrei Alter Ja der Golem lebt natürlich noch schön hier läuft auf jeden Fall Richtig nice 100% so macht man das und so kriegt man auch einfach mal 18 Pokale auf jeden fall ein richtig cooles ding so Kann er gerade den ganzen klar wird ein bisschen Ja wird ein bisschen schwierig aber Lambo hat er sich auf jeden fall vorher schon bei mir gemeldet da ich gesagt Ey komm hier Das kriegen wir jetzt gleich mal raus und dann ist das gut So was mir hier auf jeden fall schon mal auffällt und gefällt ist natürlich die sache die wir haben Gar nicht mal ein Compartment wo drei sachen drin sind sondern wirklich nur immer das Goldlager und der Magiaturm in einem extra Compartment dann halt wirklich Das Alex also dass man wirklich sagen muss es hat halt wirklich Jedes Lager ein eigenes Feld Daumen nach oben dafür dann haben wir den Magiaturm direkt daneben noch ein Daumen dafür nach oben Und das finde ich richtig geil also die verteilung richtig richtig geil Luftabwehr Ist mir eventuell einen kleinen ticken zu weit draußen aber jetzt komme ich Ich kann natürlich nicht wenn der rest hier zum beispiel so total Mir so super genial gefällt und ich sage ja das ist richtig cool Kann ich ja dann macht die mal da weiter rein wird natürlich ein bisschen schwieriger Also von daher lassen wir die einfach mal da und freuen uns dass das da so steht Joa und fertig Hier eventuell noch ein bisschen was davor bauen dass das nicht so ganz leicht so ranzuschießen ist und so weiter und so fort Aber ansonsten passt das helden drinnen klar macht immer sind expo auf zwei hier auf eins ist Wie gesagt den auf jeden fall auf zwei also klar logischerweise sollten die dann irgendwann auf drei gehen klar aber Also auf auf zwei den auf jeden fall noch hoch helden ansonsten von der combo her ist okay Hier schön der fäger Wiederum hätte ich den dann eher In die richtung pusten lassen weil wir halt hier die schon fast nicht mehr erreichen Ja also dann eher in die richtung weil wir hier noch richtig schön Puste fix machen können und den hier Den würde ich auf jeden fall drehen weil das bringt Keine punkte meiner meinung nach bringen das keine punkte weil guck mal wenn wir eine truppe In dem bereich hier haben haben wir doch eh schon verloren Wenn eine truppe ich sage jetzt mal hier ist ein drache Ja dann ist der natürlich richtig geil also von daher bringt das nichts Also dann lieber in eine andere richtung pusten lassen wenn überhaupt und Immer wie gesagt in eine so sehe ich das immer in eine luftabwehr rein Also dass das das von einer luftabwehr weg gepustet wird Ansonsten müsste würde ich mal sagen bauarbeitertechnisch richtig richtig gut vertreten also die sind bei dir nicht irgendwie Arbeitslos sondern hier ist einer am worken da ist einer am worken Die sind hier alle richtig richtig beschäftigt Wo haben wir denn den rest 1 2 3 der pennt hier Also drei hast auf jeden fall in arbeit ich sehe jetzt den dritten leider nicht sorry für das aber egal auf jeden fall Ja tut sich was in der base selber genau bogeytürme reißen natürlich im bereich auf von helden halt dann schon richtig was wenn man Die halt wirklich schön so weit gemaxed hat auf elf dann Gehört sich das so und ist auch geil Super nee also das passt das ist alles Cooles ding mauern auch vollkommen in ordnung dass das passt jetzt gucken wir mal wie die gespendet hast 30.000 ich muss mal wirklich mit mir vergleichen ich gehe jetzt eh wieder aus ich komme was ich mittlerweile habe ich bin ich meine ich bin ja schon ein bisschen was weiter Ja ich würde mal sagen da darfst du noch ein bisschen was und ich muss jetzt auch mittlerweile Echt sagen ich bin jetzt nicht der big 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 spender und Da würde ich echt sagen Da ist noch ein bisschen was auf jeden fall ist da noch ein bisschen was machbar jetzt haben wir noch einen angriff raus Mal gucken was hier noch geht Ja hier erscheint mir als ziemlich nice Das würde ich denken ist echt viel Also fehlerhaft gemacht das war garantiert nicht seine absicht Glaube ich nicht Ich probiere euch auch gleich zu bestätigen und beziehungsweise zu Sagen warum ich mich für die variante entschieden habe dass ich die nicht hier gedroppt habe aber das sehen wir gleich Wenn ich sind hoffentlich schaffe So Schön clean Einwandfrei ihr habt ihr habt gerade gesehen was das klären gebracht hat glaube ich das habt ihr gesehen Jetzt schön die Mauerbrecher in den Rage rauf laufen lassen und das läuft so mega nice auf jeden fall So jetzt da wollen wir sie haben genau da gehört sie hin direkt vor das Rathaus ganz einfache Geschichte Und hier wie gesagt wer mir jetzt sagt der Rage ist eher ein bisschen fail gedroppt Den kann ich dem kann ich nur sagen nein das ist wirklich so gewollt Hau ich gleich noch mal einen rein Einwandfrei Queen ist drinnen und eben teilt die Heiler die Heiler sind das wichtige die müssen geheilt werden Jetzt probiere ich halt zusätzlich die wird gar ja genau die wird garantiert dahin rennen aber Zack ich hau noch mal ein Rage rein Sie hat halt die Fähigkeit klar und jetzt vielleicht sogar ich riskiere es einfach auch wenn es nicht Geht dann wird es halt gegrillt ist nicht weiter wild es hätte aber genauso sehr halt sein können dass es noch was geworden wäre Schweine haue ich jetzt nicht mehr raus das ist irgendwo ein bisschen quatsch aber ich hätte gern noch das gold Hau da ist die luftabwehr nee schade Ja ich probiere mal ein vor ja Dann haben wir das hier noch mal Vielleicht können wir ihm sogar noch die 30 prozent geben und das schild schenken Aber wenn das halt nicht so wäre dann wäre das halt nicht so aber ich sag mal Hat hat ja ich hatte jetzt gar nicht drauf geguckt wie viel gold aber das ging eigentlich also ich sah dann hier unten Boah hier ist ja doch noch einiges am start jetzt wurde ich sogar noch seine cb raus hier Oh tut mir fast ein bisschen leid obwohl Wenn die nicht wirklich angehittet wird doch würze aber also dann ist er auch leider die cb los tut mir leid und Das war es aber Zack Immerhin fünf ne sechs pokis sogar noch passt ist okay gibt sogar wieder Ja meinen zusätzlichen bonus das ist auch ganz nice Jetzt gucken wir noch mal kurz in einen anderen in eine andere burg rein und hier sind wir beim luke im klaren goodfellas Schauen wir mal rein ich würde mal sagen townhall 9 Ganz genau und auch gerade erst hochgegangen beziehungsweise naja was heißt gerade erst nee nicht gerade erst hochgegangen Weil wir die queen schon auf 10 haben dann warst du ein gerushter townhall neuner auf jeden fall Und zwar ein ziemlich böser gerushter wie bei mir also da hast du es mir ungefähr nachgemacht und zwar Ist die die verteilung so Vollkommen akzeptabel was ich sehen kann was ich aber anders machen würde ist das was ich dir jetzt sage Stell die magier türme jeweils magiaturm und gold lager meiner meinung nach wechseln Weil dann steht der magiaturm noch mal ein bisschen weiter draußen mehr als das gold lager Wobei die wahrscheinlichkeit natürlich auch relativ gering ist dass eine Ist gar nicht so verkehrt Nee ich revidiere meine aussage noch mal lasse es so Aber wenn er mit mauerbrechern kommt Wenn du oft mit mauerbrechern über diese ecken angegriffen werden solltest und dein gold dann weg ist Dann würde ich an deiner stelle das gold daheinstellen aber das kannst du ausprobieren Ansonsten finde ich es geil dass du die expos schon in anführungsstrichen immerhin auf zwei hast beziehungsweise hier auf drei hochbaust einwand frei Vergiss bitte nicht luftabwehr die ist hier erst bei fünf jeweils komplett auf fünf Das ist unzureichend Auf jeden fall hier noch so eine sache hier haben wir natürlich noch zwei mauern die du eventuell woanders verbauen könntest mir jetzt aber auch nicht Wirklich irgendwo ein platz auffällt wo du sie hinstellen müsstest Von daher ist okay Was macht der hier der sieht einfach nur schön aus schön aus sehen reicht bei uns natürlich nicht wir brauchen natürlich auch Irgendwo eine praktische funktion diese ist hier nicht gegeben Deswegen eventuell umdenken Dass der halt wirklich immer in irgendwas mit einer luftabwehr rein pustet oder beziehungsweise weg pustet So schauts aus Einzelschaden einzelschaden ist aber jetzt nicht weiter wild also da ist die fläche Das passt mit ja dem lx dass du das weiter draußen hat vollkommen easy 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 Vollkommen okay hier Doch das passt das passt wie gesagt bleibt auf jeden fall Auf jeden fall und zwar würde ich mal sagen auf jeden fall die nächsten Ohne scheiß jetzt die nächsten 30 level auf jeden fall Schaffst du dicke glaubt man Wenn man überlegt was wirklich in die mauern reingeht und weil du darfst noch richtig gut geld investieren Und in dem fall meine ich wirklich geld beziehungsweise gold weil du die sieben der mauern halt wie gesagt Auf acht nur mit gold upgraden kannst Und deswegen geht da noch richtig schön was rein weil man denkt immer an ich habe ja ich habe ja schon klar du hast doch schon neuner Brauchen wir nicht drüber reden aber Bis du max 10 max 9 bist da vergeht noch einiges und wie gesagt die helden nicht vergessen Wobei die von der kombo her okay ist dass immerhin die queen schon auf 10 ist Das ist okay ist aber auch für level 107 jetzt nicht der rupper also ist jetzt nicht so dass man sagt bohr geil du hast geschafft So ist es nicht also du hast noch gut was vor dir aber wie gesagt bleibt Mindestens das nächste jahr auf townhall 9 Auf jeden fall hast du da noch gut zu tun hier sehen wir auch Das ist nichts das ist nicht viel das ist nicht mal max 8 Also von daher darf da wirklich was passieren Ansonsten aufstellung ja vollkommen in ordnung hast du gut was ausgedacht wenn es ausgedacht ist Sieht ja eher so ein bisschen nach internet base aus aber ansonsten hier mit diesen doppelt Gebauten mauern das gefällt mir richtig gut die halt denke ich mir auch dein gold relativ gut beschützen sollten Das war's von mir Schauen wir mal ja wie gesagt queen ist ja daumen gegangen von daher passt das Und dann Ist das ganz in ordnung ich konnte mir wieder ich zeige euch das immer gerne mal wieder Schauen wir mal was haben wir hier 166 mauern haben wir auf 10 also das läuft ganz gut hier Und wir haben ja wie gesagt den king mittlerweile auf 29 und nach dem cw Achso ja nach dem cw wie nach dem cw da guckt man clan krieg grün Ja ich bin dabei Und ich kann das auch ganz einfach sagen Ich werde probieren Mit drachen anzugreifen ja ich werde kein queen walk im cw machen jetzt sondern halt wirklich sagen gut okay kommen Ich probiere es mit drachen und normalerweise nehme ich ja den rage spell dazu aber ich werde das dann wirklich probieren Dass ich sage okay drache in verbindung mit ja wenn man eine base hat wo man halt relativ gut zumindest eine luftabwehr killen kann dass man die halt eventuell noch mit den helden raus ballert Und dann halt wirklich zwei luftabwehren ja weg blitzen mit earthquake und blitz Und dann halt wirklich auf die letzte mit den dragos gehen und dann gucken was passiert dass ich da hoffentlich komplett abräume Aber das werden wir dann sehen mal schauen das seht ihr dann in den nächsten videos irgendwann ihr haut rein und ich wünsche euch was Ciao Ciao